Was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Marvin steht da hinten. Willst du auch was sagen? Perfekt. Interessiv. Kein Schwein. Wir machen heute die Pop-Bart-Challenge oder Ecken-Challenge nur halt mit dem schwachen Fuß. Außenriss, Rabona, schlacher Fuß, alles erlaubt. Hauptsache von unserer schwächeren Seite muss der rein und wer zuerst... Okay, machen wir einmal getroffen, mal gucken wie gut wir sind, wer zuerst einmal getroffen hat, gewinnt. Und sonst steigern wir das einfach mal gucken, aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich riskiere es direkt mal und probiere Rabona. Rabona-Latten-Scheese hat ja gut funktioniert, ne? Ja, fuck. Oh, warte, warte. Fuck. Aber ich fang... Ja, war okay. Oder anfangen war der nicht schlecht. Gönn dir. Der war nicht schlecht. Aber mit Rett hat er sich, aber... Der hat eher ordentlich alles gekriegt. So, ich bleib bei Rabona. Vielleicht klappt der jetzt. Ja, das ist geil, wenn ich mal versuch, ne? Ready? Der dreht sich noch. Ja. Der dreht sich noch. Der dreht sich noch rein. Fuck, ey. Oh, der... Nein! Oh! Leck, Kumiho, Alter! Was hast du denn für einen Spin dahinter gehabt, Mann? Ich glaube, ich probiere was Neues. Ich probiere auch mal mit links. Vielleicht gelingt mir ja was auch. Ja. Auf jeden Fall! Top! Top! Schuss! Ah! Was war das denn? Weg links zu Gott, oder wie war das? Nee, ich hab sie voll behindert getroffen. So. Ich geb Rabona noch eine Chance. Oh, mit links kann ich vergessen. Eins. Ja! Ja! Die knapp, Mann! So knallender Rabona ist die richtige Pferde bei mir. Der richtige Weg. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. 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 Okay, einmal Ausriss will ich jetzt ausprobieren. Pass auf. Bist ready? Nein! Ja, ja! Schatz! Das kann es nicht sein, oder? Ja! Das kann es nicht sein, oder? Du bist ein Drecksack, bist du! Ein Drecksack bist du! Mach's, du bist ein Drecksack! Er ist ein Drecksack, ist er. Ein Drecksack ist er! Vor mir wetten, vorm, ich hab eine weiße Hose an. Da siehst du direkt den Fleck an. So, Leute, seid ihr bereit? Der hat glittersnet, Dominik. Seid ihr mal eins? Ja! Oh, Junge! Oh, meine Arztbacke. Ohhhhh! Habt ihr mit links oder mit rechts geschossen? Mit rechts! Hoh! Ihr habt richtig ammer. Oh! Das war's für's Video. Yes, baby! Okay, ich hab's überlebt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr noch mehr Challenges mit dem Beam sehen wollt, Einmal Krapi in den Kommentaren stellen. Oh, bitte nicht Krapi. Irgendwas cooles. Wir brauchen so einen Kosenamen oder sowas. Mach mal. Oder... Nappenkick. Äh, Dogwin. 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 Hashtag Dogwin in die Kommentare. Mehr brauchen wir nicht. Also wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.